Geil, dann kann ich mit Nuklearkraft anfangen. Dazu muss ich erstmal auf den Mond wiederkommen. Ach, das... Ne. Obwohl, warte mal. Leu, wie man hier einfach mal Fallschaden auf dem Mond kriegt. Ach, auf dem Mars. Ja, ist ja nicht wie auf dem Mond, das ist halt... Na doch. Schwerkraft. Nein. Doch, das muss so sein, da ist noch mehr Dash. Nein, muss nicht. Doch. Nein. Ich bin ein Zeig. Wenn mir Fallschaden verursacht, den töte ich. Willst du den Mars töten? Joa, ich baue hier einfach mal ein paar Blöcke ab, schon schädige ich den Mars. Warte mal, was passiert? Schädige oder Schände? Was hört sich besser an? Mars. Warte mal, was? Mars. Was ist das? Mars. Was ist das? Geil. Hopper, Tin, Dash, Iron. Ich brauche einfach nur die ganze Konstruktion dann nochmal auf irgendeine anderen Dinge. Auf einer anderen Welt. Und dann können wir uns da theoretisch immerhin teleportieren. Items bleiben im Inventar, wenn du dich tippelst? Yep. Das einzige ist, dass das halt immer Strom braucht. Ja, gut. Und das Problem ist, wenn du es auf einem anderen Planeten hast, wir haben keinen Chunkloader. Dann ist das auf dem... Das ist, glaube ich, egal. Sicher? Der speichert ja ein bisschen Strom. Das ist egal, solange die Chunks nicht klar sind, kannst du dich dort dann auch nicht hin teleportieren. Und wir haben in dem Modpack keinen Chunkloader. Ich habe schon versucht, einen Chunkloader mit einzubringen in das Projekt, aber es geht nicht. Da habe ich sogar die Säure zum Abschminken gebracht. Wie immer. Müsste man tatsächlich mal ausprobieren, wenn man jetzt ewig weit weg nochmal so ein Teil platziert? Oh, lol, man stirbt nicht an Hunger. Du behältst einfach mal inst in fünf Herzen. Nice. Das ist scheiße, wie komme ich vom Mars runter? Okay, das ist nichts. Falsch haben. Oh, da, ich mache die Oxygen-Tanks weg. Das geht auch. Ich laufe mal mit dem Ding da ganz weit weg. Am besten tausend Blöcke, da kannst du dann auf Nummer sicher gehen, dass die Chunks nicht geladen sind. Du musst dann den Weg aber wieder zurück, ne? Warum war das das? Weil wir hatten, ja, das war von Open Computer, dieses komische Chunk-Teil. Hm. Ja, ich lasse mich jetzt so sterben hier, und dann könnte man ja soweit mit der Wett anfangen, dass wir Fuel herstellen können. Das sind ja nur vier Dash. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt 64 und 48 im Inventar. Och, Mann, Nelson, lass mich doch mal los. Ich bekomme keine Luft mehr. Mann, ich gebe dir gleich keine Luft mehr. Okay. Ihr habt euch richtig doll lieb. Genau. Soll man vielleicht noch eine Trauung vollziehen auf dem Planeten? Ach, ich hole die Grabkerzen. Was, die Grabkerzen? Für mein Geschichtslehrer. So, noch zweimal runterspringen, dann bin ich dort. Nö, einmal. Au. Prügelt er mich in die Ecke. Na, Siggi. Au. Hast du vielleicht gebraucht? Nee. Sicher? Glaub schon. Okay. Und wie kann man das wieder ausmachen, dass man da... ...getrillt wird? Stell dich mal da drauf. Ich weiß, dass hier was... Ich weiß, dass hier was kommt. Ja, ich kenne das auch in der Mod-Pack. Wo, Melvin? Nein, nein. Alles gut. Aber das heißt jetzt, wenn man sich hierhin teleportieren, stirbt, Mann. Ich? Nee. Tyrox? Steht einfach nur drauf. Nee, aber wenn ich mich da auf dieses... ...Metal-Sieber stelle, dann bin ich tot. Ich kann fast die Rakete erstellen. Ja, ist gut so. Nur noch einen Kohle. Hä? Hä? So. Nee. Also. Ike? Ja? Schau mal. Schau mal. Ja? Oh! Immer wenn man sich dann da draufsteht, beziehungsweise teleportiert, steht man dann hier drauf und wird instant getötet. Äh... Dann stimmt irgendwas nicht damit. Hä? War gerade einfach so tot. Ach, das könnte sein, weil ähm... Naja. Hier stromt was. Tyrox, Tyrox, hier, was für dich? Da. Und da. Aber komm, wir können nachschauen. Ähm, was? Ich hab Eier gelegt. Extra für dich. Ähm... Ich hab blau, grün, äh, blau, gelb und noch drei rote. Sowas kannst du legen. Die hab ich aus Malvin seinem Hintern gezogen, als er geschlafen hat. Ey, reik. Aber komischerweise sind nur die gelben und die roten hab ich bei Cissi rausgeholt. Tissi! Und die blauen, die blauen, die blauen hab ich bei Cassie rausgeholt. Tissi! 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 Meins. Tirex. Tissi! Tissi! Komm mal her! Wenn du willst, nimmst du die da mit. Das ist eine richtig gute Sklave. Die macht fast was. Die macht so lange mit, bis sie keine Lust mehr hat. Tissi! Schenkste dir... Tissi! 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 Nein, er ist gestorben, weil es keinen Strom hatte. Und warum hat er keinen Strom? Weil es keinen Strom hatte. Äh! Und warum hat er keinen Strom? Weil das Ding dort das andere Teil zu wenig erstellt. Okay. Ich will da Strom reinlegen. Das ist eigentlich so gleich wie ein Strom, oder? Es steht gerade alles irgendwie. Ähm, genau. Ein bisschen Spaß muss sein. Äh, ja. Eine verbandene Verbindung wurde geschlossen. Slash Kill Melvin! Warum? Was macht er denn? Ich hab jetzt nichts gesehen. Oh. So. Ja. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Dö-dö-dö. Halt, das musst du nicht verstehen. Okay, ich verstehe sowieso nicht mehr. Oh. Warum ist... ach, da ist der Stern! wir haben wirklich kaum noch volle oxygen tanks weil ich alle mitgenommen hatte ich weiß nicht ein radiation war nicht element element es die kate was passiert nie das ist so ein mindschirmteil was radioaktiv ist ja warum sterbe ich dadurch wenn ich das nicht mal habe ich war unten an den im lager ganz normal drinnen und hat irgendwer das eventuell eingelagert ja da dieses cf oder radioaktiv das darfst du nicht in den normalen dingster machen ja cassie wusste das nie ist nicht so schlimm wieso haben wir hier so viel verkackte farben drin hier wird wieder nichts rausgezogen ich hab da keine farben rein wieso haben wir das ist ja warum brauchst du ja ich brauchst den stoff unbedingt dann musst du kurz abwarten ja da guck ich kann mich so aus oh gott ich wollte ihn erschlagen da hast du schon mal elf stück geil dange bitte dange bitte dange bitte das sind voll die dicken eier ich kann das nicht mehr hat sich der melden du hast ja gar nicht geholt was na du sollst doch ein ding herstellen für meine mädels hier hoch noch ja ich bin ich werde ich komme zu dir stell mal eine kiste hin da tue ich alles rein da wirst du glücklich sein wenn du das siehst ich bin aber gar nicht glücklich äh doch schon stell eine leere kiste hin los leere äh baue jetzt die rakete zusammen hält das nicht hier guckst du mal rein das ist ein traum das ist ein traum ich bin kurz aufkam ok dann crafte mal schön ja wollen wir uns da so drauf einigen dass melvin sich jetzt immer um die raketen kümmert weil dann können wir uns doch gleich zusammen tun hier als team äh ding starrock rakete mit store ist ja sinnlos wenn wir jetzt sagen hier ähm wir machen jetzt ja noch das eigene ding und so haben wir noch mehr davon ne stimmt ja weil cassie baut ja auch hier eine große plattform für fünf raketen ja ne dann schließen wir uns zusammen und dann holen wir auch keine neuen mehr ins projekt rein dann bleiben wir zu fünft reicht ja auch aus ja gut dann kann warte mal dann kann das nächste mal ähm kassi vielleicht so ein so ein so ein so ein gemeiner ausbauen so wir bräuchten wir bräuchten eigentlich bloß ernsthaft jetzt nur von dem die schleuse abbauen hier irgendwo hinsetzen und von unserem eingang zu eurem eingang einen tunnel bauen genau fein hast du das gemacht ist das eine normale ist das eine normale geh mal kurz her du kannst keine tier 1 craften weil es kein rezept dafür gibt es ist eine tier 1 rocket zeig konnte nur die craften oh das ist das doch hast du dir nicht die rezepte geholt welche rezepte du kannst für ein dia block im quest buch dir alle rezepte geben lassen von den rockets das ist ganz unten das letzte quest warte ich kann das decompressen glaube ich das ist ganz unten bei willyspacechunk und dort klickst dann auf den dia block warte nicht auf den dia block welchen dia block auf die schematics ne kann man nicht decompressen und da kriegst du tier 2 und tier 3 rocket moon buggy und die transport rakete für einen einzigen dia block ich sag's dir ich verlasse mich einmal auf dich Tyrox hör mal jetzt auf bitte lass ihn mal ganz kurz hast du die quest gefunden ja dann geh dir einen dia block machen löst ein dann ab zur nasa workbench Alter ich geb dir einen aber Tyrox versuch doch mal zur erde zu fliegen mit der rakete JEN ja das kann ich machen warte hier 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 ein loben das kann jedem passieren piers meio wahrscheinlich auch passieren Action also da musst du dir jetzt keinen Kopf draus machen mach ichbuat grad nein das schritt jedem Guck mich an, ich habe das gesamte Rocket Fuel ver- de-compresst. Dafür hätte man Tyrox eigentlich lynchen müssen. Haben wir da auch nie gemacht. Boah. Ähm. Ähm. Ich brauche noch diesen Alois, Alter. Scheiße. Ähm. Oh nein, man kann den Cropland dann mit Potatoes antreiben. Ich habe gerade aus Versehen ein Potato reingelegt. Danke. Sorry. Dort, wo die Holzplanken drin sind, habe ich aus Versehen ein Potato reingelegt. Die hat es befeuert. Läuft. Ähm, hier nachfüllen. So und so. Ich kümmere mich jetzt mal ganz kurz, dass wir wieder Sauerstoff haben. Ja. Soweit. Hier ist schon wieder was drin, was nicht rausgesaugt wird. Aber was? Blazerod, hey, die haben wir doch. Ja, wow. Ike, ich brauche noch einen Dash. Ähm. Ich habe hier so... Wegen dem... Ja? Wegen dem, ähm... Ich brauche ja den Crusher. Den Alois Melder und... Warte, 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 warte. Da. Reicht. Boah. Kannst du sogar Malvin was geben für die Tier 3-Rocke? Da könnte er gleich mit der Tier 3 anfangen. Anstatt die Tier 2. Ach, ich habe... Hier, Tyrox, warte, 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 warte. Ich habe hier noch was, das musst du Malvin geben. Das ist irgendwie im Hopper gelandet. Nein. Darf ich mir dann auch 25 nehmen? Äh, für was brauchst du das? Für die nächste Quest. So ein Malvin? Ja. Welche nächste Quest? Werden hier schon wieder Quests abgeschlossen, ohne dass ich was weiß? Äh, für die... äh, bei Mindshirm Fusion. Du kannst hier jetzt, äh, weiter... Ach du Schirr, wo warst du wieder Mindshirm? Ja, Tier Rockets. I was better at math. Äh, das dauert er dann. Ja? Ja. Gut. Fusions-Wall... Achso, hier. Ja, und für diese Fusions-Wall brauche ich Dash. Und wie viel? Ja, dann nimm dir raus. 25. Ich hab schon ausgerichtet. Ja. Ich brauch Bronze. Ich geh in der Truhe. Das ist sehr viel. Ich bring euch nochmal, äh, 14 Compressed, äh, Stahl... äh, Platten. Ach, hast du das jetzt Compressed? Ne, das Dash nicht. Ne, ich mein Metal. Achso, ne, weil ich hatte die hier noch, ähm, Dings, die Stahlplatten. Ähm, Compressor. Ja. Okay. Okay. Sooo. Wir haben halt ein kleines Hocker, die Soroko. Ähm. circle... Taste number... Wie kommt das Chrysler... Untertitelung des ZDF, 2020